Achtung! Reisende Richtung Solothurn steigen bitte auf das Ersatzangebot um. Grund dafür ist eine Änderung im Betriebsablauf. Attention! Les Voyageurs en Direction de Solothurn utilisent les Vehicles de Remplacement. Une Modification d'Exploitation en est la cause. Attention, please. Passengers traveling in the direction of Solothurn, please change to the replacement vehicles. The reason for this is an operational change.